Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil meines ganz persönlichen Testes von der Focus Bracketing Funktion dieser Kamera, der OM1, 40-150 bei 150 mm eingestellt, die maximale Naheinstellgrenze. Ich fange an übrigens mit Blende 4. Also ich erzähle euch noch alles. Ich habe nur ein Problem. Also das letzte Video, das habe ich einfach so gemacht. Und eigentlich wollte ich das hier auch so machen. Ich mache einfach mal einen Test und erzähle euch was. Das Problem war, aber das habe ich wieder mal schnell merken dürfen, dass natürlich nicht jeder meinen Kanal kennt. Viele wissen nicht, dass ich seit Jahren eben Makrofotos mache, dass ich mich mit Focus Decking auskenne, dass ich Abbildungsmaßstab technisch bis 40 zu 1 arbeiten kann. Sogar 60 zu 1 habe ich schon versucht. Da habe ich auch ein Mikroskopobjektiv dafür. Ist aber noch schwieriger. Vor allen Dingen ist es schwierig, wenn da draußen irgendwie ein LKW vorbeifährt. Dann merke ich wirklich, wie hier das Haus wackelt und damit auch meine Aufnahme nichts wird. Also ich habe da, um es kurz zu sagen, Ahnung. Mir braucht also niemand was erklären. Das ist die Tiefenschärfe und das ist doch logisch. Das weiß ich alles. Das, was ich im letzten Video aber herausgefunden habe, war etwas, was ich nicht erwartet habe. Und wo auch viele gesagt haben, wusste ich gar nicht. Also Leute, die die Kamera oder eine Olympus haben, die wussten das nicht. Ich habe auch immer noch nicht die Anleitung gelesen. Das ist auch ganz gut so. Denn man kann auch mal was rausfinden, gerade so, wenn so ein mieser Tag ist. Also draußen Regen, nass, kalt. Man will gar nicht rausgehen. Setzt euch hin an den Tisch, nehmt eure Kamera und versucht das einfach mal selber. Was kann die Kamera, was tut sie da, beziehungsweise ist dahinter eine Logik und bringt mir eventuell eine andere Einstellung ein besseres Ergebnis. Beziehungsweise, ja, sind die Möglichkeiten in den Einstellungen von Fokus Bracketing, was passiert da? Sehe ich einen Unterschied oder sehe ich ihn nicht? Und das versuche ich heute rauszukriegen. Beim letzten Mal ist eben auffällig gewesen, stelle ich auf Blende 4, ich sage jetzt mal 20 Bilder, habe ich von mir aus so eine Tiefenschärfe. Erzeugt dann durch das Stacken dieser 20 Bilder. Ich habe das Ganze mit einem Zollstock gemacht. Heute nehme ich das Bild, einfach nur, weil das mehr Struktur hat und vielleicht auch schicker ist. Dann habe ich einfach mal gedacht, jetzt machst du mal Blende 8 und guckst mal, ob da ein Unterschied ist. Ja, es war ein gravierender Unterschied. Wo vorher nur so viel scharf war, war jetzt so viel scharf. Okay, sagt jetzt jeder, das ist die Tiefenschärfe. Nein, ist es nicht, weil die Tiefenschärfe bei Blende 8 ist natürlich größer. Aber ich bin davon ausgegangen, dass die Schrittweite, die die Kamera macht, zwischen Schritten immer die gleiche ist. Also, man könnte auch hier manuell drehen, sage ich mal, immer der gleiche Schritt, ein Schritt, sage ich mal. Klar, wenn ich weiter weg bin, ist die Wirkung anders, aber hier im Nahbereich über 1-2 cm ist die Schrittweite immer gleich. Ich hätte eigentlich nur eine bessere Qualität erwartet, vielleicht der Aufnahme, eine bessere Auflösung und, und, und. Und stattdessen kriege ich mehr aufgenommen. Und das ist zum einen interessant, zum anderen haben mir auch Leute gesagt, haben sie selber nicht gewusst. Von daher setzt euch an den Tisch, wenn ihr eine Kamera habt mit solchen Funktionen und macht dann mal eine Trockenübung. Dafür ist doch der Winter ein lausiges Wetter, wo man nicht rausgehen mag, doch ideal. Tisch irgendwie einfach mal versuchen. Heute, heute mache ich folgendes. In der Kamera kann ich einstellen, natürlich diese Bracketing-Funktion. Ich stelle ein, in dem Fall immer, also den wirklich nahen Fokus. Ja, also mehr geht nicht, außer ich würde hier noch irgendwie Technik dazwischen bauen. Heute lasse ich sie aber weg, also Zwischenringe waren das letztes Mal. Ich stelle die Qualitätsstufe, also man kann die Anzahl der Bilder eingeben. Man kann eine Stufe von 10 zu 1 eingeben. Und ich kann eingeben noch eine Verweildauer zwischen den Aufnahmen, falls ich blitzen möchte. Hier habe ich genug Licht. Es spielt auch keine Rolle, wie lange die Kamera belichtet. Hier bewegt sich nichts. Hauptsache, ich kann am Ende meine Bilder stacken und einen Unterschied feststellen. Und heute, wie gesagt, möchte ich nur an dieser Qualität drehen von 10. Wahrscheinlich über 5 zu 1. Ich mache grobe Schritte, damit überhaupt ein Unterschied für mich sichtbar wird und für euch. Und das Ganze mache ich mit Blende 4. Offenblende ist Blödsinn bei Makrofotografie, muss man mal ganz klar sagen. Und Blende 8, weil das ist so eine Blende, die meistens so die Qualitätsgrenze auch ist. Bei Makrofotos übrigens ist es oftmals auch so, dass schon die Qualität bei Blende 8 schlechter wird. Aber das lassen wir heute mal alles weg. Ich fotografiere hier ein Bild, was ich mal im Urlaub gekauft habe von einem Künstler. Und ich habe heute auch Zettel geschrieben für die Leute, die das erste Video gesehen haben. Hier schreibe ich die Qualitätsstufe drauf, damit ich ganz sicher weiß, was ich hier gemacht habe. Ich werde auch draufschreiben Blende 8 und die Schritte, die ich gemacht habe, einfach nur um sicher zu gehen, dass ich dieses Mal das nicht nach ein paar Serien nicht mehr weiß, ist es jetzt dieses Bild oder war es doch dieses. Weil ich habe das Video zusammengeschnitten, bevor ich die Bilder eingebaut habe und manches flog einfach raus. Heute geht es also weiter. Und jetzt stelle ich erst mal hier an der Kamera alles ein, schreibe meinen Zettel und dann legen wir mal los. Und ich sage euch mal prompt, was ich hier auf dem Display sehe. Was habe ich eingestellt? Maximale Naheinstellgrenze, Blende 4, 30 Bilder in der Qualität. 10, breit, nennt sich das Ganze. Und ich löse jetzt aus. Also, der Fokus ist hinten rausgeschossen bei Blende 4. Also keine Ahnung wie weit. Ich habe, also hier etwa wo der Zettel ist, ist scharf. Und ja, also bis da hinten hin. Also ein riesiger Abstand, riesige Schrittweite. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesteckte Bild wirklich super scharf ist. Das muss man sich übrigens bei 100% angucken. Aber es ist schon mal wichtig. 30 Aufnahmen und weg waren sie. Jetzt stelle ich mal um. Dann muss ich auch noch einen neuen Zettel schreiben. Jetzt mache ich dasselbe mit der Qualitätseinstellung 5. Das muss ich kurz aufschreiben. 5, 4, 30 Aufnahmen. Ich lege das wieder dahin, damit das im Bild ist, damit ich es sehe, wenn ich es gesteckt habe. Muss ich mir gleich merken, die erste Serie habe ich doppelt gemacht. Ich löse aus jetzt etwa bis hierhin. Also deutlich weniger. Also sprich, die Abstände sind enger beieinander und das ist besser. Immer besser, Leute. Lieber mehr machen als zu wenig. Ganz wichtiger Tipp in der Fokus-Stacking-Makro-Fotografie. Ich stelle wieder um. Und diesmal stelle ich es auf eins, was ich auch das letzte Mal gemacht habe. Ich schreibe einen neuen Zettel. Ihr müsst ja Gott sei Dank meine Schrift nicht wirklich lesen. Jetzt nur mal, um das zu zeigen, jetzt ist es gerade mal so viel, fast nur wie dieses Papier tief ist. Also von hier aus gesehen. Zweieinhalb Zentimeter oder drei Zentimeter. Das bedeutet also, ich habe das nicht mal komplett drauf gehabt. Und das ist also diese besagte Schrittweite. Für die Leute, die jetzt sagen, hm, was stelle ich denn jetzt ein? Ich würde mal sagen, beste Qualität. Also auf jeden Fall Stufe 1 verwenden. Ich mache jetzt mal mit Blende 8, damit ihr das auch seht. Ja, mache ich mal dasselbe mit Blende 8. Ich werde jetzt, ja, ich nehme einfach den Zettel und mache mal aus der 4 eine 8. Also wieder 30 Bilder. Das wird ewig weit nach hinten raushauen. Spielt keine Rolle, das sieht man auch nicht. Aber vielleicht kann ich euch einblenden, wie viele Bilder ich für die Aufnahme habe nehmen können. Ja, Blende 8 ist einigermaßen zu sehen. Das war jetzt ein Fehler. Weil ich natürlich nicht umgestellt habe. Das muss ich gleich mal, ähm, gleich mir merken. So, ich muss da erstmal reingehen, wieder ins Menü. Das ist ein bisschen blöd, aber man muss es ja ehrlich gesagt nicht wirklich oft machen. Da kommen wir gleich noch zu einem Praxistipp. So, ich mache das jetzt wieder. Bis hin raus. Ganz, ganz weit weg. Ja, man müsste jetzt eigentlich mal gucken, wo die Kamera scharf stellt. Aber viel zu weit, viel zu große Schritte. Das habe ich schon in den Aufnahmen gesehen. Das sieht man lustigerweise durch die größere Tiefenschärfe noch viel besser. Dann machen wir hier auch mal Blende 8. Ich lege das schon mal hier hin. Ich stelle diesen mal gleich um. Auf 5. Diese 30 Bilder sind auch außerhalb des Bildes. Ja, also außerhalb meines Bildes. Wo ich hinkomme, weiß ich nicht, weil ich es nicht mehr sehe. Und jetzt machen wir noch das Ganze wieder mit Stufe 1. Und ich kann jedem nur empfehlen, macht, nehmt die Stufe 1 und die Blende. Ja, das ist so auch so ein bisschen, wie möchte ich belichten. Ja, also Belichtungszeit spielt ja vielleicht bei der ein oder anderen Sache eine Rolle. Die 30 muss man jetzt nicht sehen. Ich sehe, dass das Blende 8 ist. Ich löse aus. Viel, viel besser. Das sehe ich jetzt schon. Und wenn man das hier sieht, dann sieht man das auch da. Wo ist das jetzt etwa? Also von hier bis hier habe ich jetzt die 30 Bilder gemacht. Die vorher rausgegangen sind. Ja, im Grunde war das schon eindeutig. Mir war das ja schon vorher irgendwo klar. Dass diese Einstellung, die bei 10 und 1 ist, dass das zu krass ist. Aber wir werden das jetzt gleich in den Aufnahmen sehen. Und ich werde das versuchen, euch hier zu zeigen. Ja, aber ich rede das von hier, weil sonst müsste ich das Ganze nochmal aufnehmen und oder am Rechner aufnehmen. Und da muss ich gestehen, da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Denn ihr glaubt mir einfach, dass das, was ich hier euch gesagt habe, stimmt. Tipp prinzipiell, beste Einstellung. Noch mal für die Leute, die die Focus-Pracketing-Funktion nicht kennen. Kabelauslöser. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, glaube ich, mit dem Selbstauslöser starten. Dann macht die Kamera die Bilder. Sie sollte dann erschütterungsfrei natürlich stehen. Das ist ganz wichtig. Aber mit einem Kabelauslöser seid ihr besser dran. Übrigens, der Funkauslöser, den es für diese Kamera geben soll, der ist immer noch nicht lieferbar. Ich weiß nicht, was das Problem ist, OM System. Es wäre schön, wenn der mal käme. Ich hätte nämlich gerne einen. Obwohl ich eigentlich lieber Kabel haben möchte. Aber es gibt Situationen, wo man ihn braucht. Wenn ihr zum Beispiel 100 Bilder einstellt, natürlich, wenn ihr jetzt in den Wald geht und vorhabt, 50 Pilze zu fotografieren mit 100 Bildern, das ist arg. Wahrscheinlich schmeißt ihr auch sehr viel weg. Wenn ihr aber aufs Display guckt, auf dem Monitor vielmehr, dann könnt ihr das starten. Ihr seht, oh, ich bin ja schon mit der Schärfe hinter dem Pilz und durch ein zweites Mal drücken, brecht ihr das Focus Bracketing ab. Und das ist natürlich gut, denn je nachdem, wie das Ganze gerade ist, erspart ihr euch eben das Löschen überflüssiger Aufnahmen. Für die Leute übrigens, die mit Focus Bracketing glauben, dass sie ein komplettes Bild scharf bekommen, ihr könnt es gerne versuchen. Es gibt Bilder, da kann es funktionieren. Es gibt verdammt viele Bilder, wo ihr sagt, boah, das geht gar nicht. Da gibt es ja ganz komische Effekte. Das habe ich auch in meinen Videos erklärt. Von daher Ansehen und eben Bilder, die vielleicht das Bild ruinieren. Und das ist oft alles das, was hinter dem Motiv ist, weglassen. Auf jeden Fall weglassen und fokusgesteckte Bilder, die zusammengebaut wurden. Da muss man retuschieren können. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann werden eure ersten Aufnahmen wahrscheinlich gut ankommen. Aber die Leute, die sich auskennen, sagen, da hat wohl einer noch nicht retuschiert. Gut, deswegen übt retuschieren. Ihr seht die Fehler und ihr wisst nicht, wie ihr sie wegbekommt. Ihr braucht eine ordentliche Software. Also mit irgendwelchen Plug-ins geht das nicht. Ihr müsst da wirklich mit dem Pinsel, mit dem Kopierwerkzeug, mit dem Reparaturwerkzeug. Ich benutze Photoshop. Da müsst ihr wirklich Hand anlegen und arbeiten. Und es gibt Aufnahmen, da sitzt man sehr lange daran. Nur mal so nebenbei. Ich würde sagen, ich gehe jetzt an den Rechner und ich stacke natürlich jetzt die Bilder. Und ich blende sie euch ein und ich mache wahrscheinlich einfach Musik und ein bisschen Text nochmal dazu. Und ich hoffe, ihr seht den Unterschied in der Qualität der Aufnahmen. Bin selber mal gespannt und vielleicht setze ich mich doch nochmal hier an den Rechner. Das weiß ich noch nicht. Äh, an den Tisch, nicht an den Rechner und erzähle euch, was Sache ist. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Video und jetzt die Bilder noch. Waren ja nicht viele. Geht schnell. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.